Worüber redet ihr? Über Bären. Ich habe Markus gerade von dem kleinen Wanderzirkus erzählt, der unten am Strand ist. Gibt es da Bären? Ach Quatsch. Kommt auf mich mehr. Ich brauche gerade eine Bärin. Zwischen Wechseljahren und Altersbeschwerden. Da ist eigentlich die beste Zeit für Frauen. Zum 70. Geburtstag von Iris Berben. Mein Altweibersommer. Der Filmmittwoch im Ersten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017